Kannst du etwas über das Altern des Körpers und die damit verbundenen Einschränkungen sagen? Kannst du etwas über das Altern des Körpers und die damit verbundenen Einschränkungen sagen? Ja, ja, wir werden älter, das ist eine Tatsache. Körper werden älter und das ist eine Tatsache. At the same time, all this thing with age is part of the body. Und gleichzeitig ist dieses Thema Altern ein Teil des Körpers. Also vielleicht passiert es, dass mehr Krankheiten und Einschränkungen passieren, aber vielleicht auch nicht. Oder nicht so viele. The main point is to keep one's mind free from the past, from the future. Das Wichtige ist, den eigenen Verstand freizuhalten von der Vergangenheit, von der Zukunft. And to stay in the moment. Und im Moment zu bleiben. In the moment there is no old age. We just got a letter from a friend. And then she said she is traveling less now because her body is getting older. Und diese Freundin schreibt sie, dass sie weniger reist, weil ihr Körper älter wird. Although she feels like four. Obwohl sie sich wie eine Vierjährige fühlt. So that is the beauty. Das ist die Schönheit. To stay with a innocent heart. Das ist die Schönheit, mit einem unschuldigen Herzen zu bleiben. Und sich auf dem Weg dahin, sich um den Körper zu kümmern und die Bedürfnisse des Körpers. Wissend, dass das nur vorübergehend ist. In diesem Körper zu sein. Yeah. In everybody. The same way we are, and that is everybody's experience, I think. Das ist die Erfahrung, die jedermann macht. That's at least what I assume. In was nehme ich das an? That we, since we are very small, we watch this life, this body develop and change. Das beobachten wir, seit wir klein waren, wie dieser Körper sich entwickelt und verändert. Wie das Leben geschieht. Und von der Stelle aus, von der wir das Ganze beobachten, verändert sich tatsächlich nichts. That way many people say, well I still feel inside like a young child. Das sagen viele Menschen und auch ich fühle mich innerlich wie ein Kind. No matter how old the cells become. Egal wie alte Zellen werden. And that is the key. Und das ist der Schlüssel. To start identifying with that that observes this whole show with all these changes. Sich mit dem zu identifizieren, was das Ganze beobachtet, all diese Veränderungen sieht. With that, that doesn't age. Das was nicht altert. That was always there. Was immer da war. Is here now. Hier und jetzt. Looking from the inside. Was von innen showed. And continues doing that. Und das fortfährt, das zu tun. Weil die Verstande hat nichts damit zu tun. Der Verstande hat nichts damit zu tun. Danke, Gott. Gott sei Dank. Der Master Key ist da. That point. Das ist der Hauptschlüssel. Dieser Punkt. Und in dem Moment wo man die Verstande hat nichts damit zu tun. Wenn man so wahrnimmt, wie alt man ist und sich vergleicht mit anderen und sich dann operieren lassen möchte, weil das alles nicht schön ist, ist man natürlich im Verstand, ja. Und in dem Moment, in dem man sieht, dass man all das, was ältert ist, und man machte, sagen wir mal, die Behandlung, weil man nicht so schön wie die anderen ist, man ist natürlich in der Mind. Genau. Weil es ist schwierig zu sehen, wann es der Verstand ist und wann es reines Schauen, wann der Verstand anfängt, zu bewerten, zu beurteilen. Es ist schwierig zu identifizieren, wann die Mind sieht und zu beurteilen und wann es einfach sieht. Was du beobachtest ist das, was sich verändert und nicht das, was schaut. Die Hauptrichtung von allen ist, nach außen zu schauen. Das beinhaltet auch deinen Körper und deine Ideen. Wenn du diesen Blick 180 Grad drehst und schau auf das, was beobachtet, das schon immer da war, seit du ein Kind warst. Und das geht ein bisschen gegen den Strich all dieser Konditionierungen. Denn jeder schaut nach außen, interpretiert, beurteilt. Du musst dieses Rad herumdrehen. Du musst dieses Rad herumdrehen. Und dann bist du verloren auf diesem Zug. Dieses Rad des Lebens, das sich weiterdreht und dreht. Es stoppt nur in der Mitte. Wo sich nichts tut. Dort, wo nichts geschieht. Dort, wo nichts geschieht. Und sich damit identifizieren. Und dann geht es darum, dass es nicht nur eine Idee bleibt, also auch ein Mögen davon zu entwickeln. Um das zu entwickeln, braucht es etwas Zeit und Raum. Es zu entdecken, es zu mögen. Und es dann nicht mehr loszulassen, weil du es so sehr magst. Nicht mehr eine weitere Yoga-Disziplin, die du nicht besonders magst, aber du tust, weil es dir hinterher besser geht. Man kommt zu dem Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Der Punkt ohne Wiederkehr. Aber etwas Entschlossenheit ist auf jeden Fall nötig, so sehe ich das. Auf dem spirituellen Markt heutzutage. Wir können kleine Häppchen, in Deutsch, hier und da bekommen. Aber wer ist bereit, das ganze fünfgängige Menü zu essen? Fast Food the likes, the minds like more. Der Verstand beschäftigt sich lieber mit Fast Food. Das ist paradox, denn dieses Rad, wenn man das als Ego sieht, um das sich alles dreht, ist das auch nicht zu verstehen. Und diese Person, die in der Mitte steht, um die sich alles dreht. So, in dieses Rad, das sich dreht, könnte das auch als Ego sehen, könnte das auch als Ego sehen? Nicht das Rad, sondern dieser Punkt, wo ich es in der Mitte, das könnte auch missverstanden werden aus der Sicht eines Egos, das ich hier bin. Und kann beobachten, wie sich alles um mich bewegt und wie alles kommt und geht. So, the center of the wheel, could it be mistaken as the Ego that looks at things that change? Asked. Asked the Ego. Prakte das Ego. Once you move yourself, your identification to that point of stillness. Wenn du deine Identifikation auf diesen Punkt verlegst, diesen Punkt der Stille. You know. Dann weißt du's. You don't need reconfirmation anymore from the outside. Du brauchst dann keine Bestätigung mehr von außen. And also not involve your mind. Und du musst auch dein Verstand nicht mehr einbeziehen. Und um es noch einmal zu sagen, jeder ist mit dieser Intelligenz, mit diesem Wissen geboren. Manche nennen es die Intelligenz des Herzens. Manche nennen es die Intelligenz des Herzens. Es ist nicht von da oben. Der direkte Weg. Du gehst genau dahin, wohin du gerufen wirst. So wie ein kleines Kind zur Mutter rennt. Und du gehst nicht von da oben. Es gibt gar keine Frage. Es gibt gar keine Frage. Kein Gedanke. Und die offenen Arme und ein großes Willkommen. Und wir sind alle so geboren. Und wer erinnert sich daran? Den Fotos auf eurer Homepage nach mögt ihr es, Satsang richtig zu zelebrieren. Ihr beide im Mittelpunkt wie damals Papaji in Nakhnau. Stimmt das? Ich sage den Menschen immer, wir sitzen auf dem Sofa, weil es der Klima ist. Einige Stühle, ein Sofa ist immer da. Leute können auf der gleichen Ebene sitzen. Manche ziehen es vor, auf dem Fußboden zu sitzen und das ist ihre Wahl. Menschen erzählen, stellen ihre Fragen und das ist mehr ein Mitteilen, ein Sharing. von dem Platz, wo sie sitzen. Und sie tun das von dem Platz aus, wo sie sitzen. Wenn sie es mögen, näher zu kommen. Wenn sie es mögen, näher zu kommen. Wenn sie es näher kommen, sind sie bereit zuzuhören. Und das ein Vielfaches mehr, als wenn sie auf dem Stuhl bleiben, der weit entfernt ist. Aber wenn sie kommen, um uns zu treffen. Dann sollten sie auch kommen, um sich wirklich zu zeigen. Denn wir haben keine Energie, um Geschichten und Spielchen zu spielen. Im Namen von Spiritualität. Lachen, Witze, das ist immer willkommen. Ihr beiden macht als Paar zusammen einen sehr harmonischen Eindruck. Wie lange seid ihr schon zusammen? Könnt ihr uns euer Geheimnis für eine glückliche Partnerschaft verraten? Wir schauen so harmonisch aus, weil wir uns selbst nicht als ein Paar sehen, so wie die Gesellschaft Paare definiert. Jeder von uns ist mit der Wahrheit verheiratet. Jeder von uns ist mit der Wahrheit verheiratet. Und mit dem sind wir bereits mehr als 22 Jahre zusammen, wenn man es in Zeit betrachtet. Von außen betrachtet ist es nicht immer harmonisch, wie man sehen kann. Weil wenn man ehrlich ist und ernsthaft und der Wahrheit verpflichtet, weil wenn man ehrlich ist und ernsthaft und der Wahrheit verpflichtet, dann erlauben wir auch Ernsthaftigkeit und Direktheit miteinander. Always leaving the heart free, mind free. Das Herz ist frei, der Verstand ist frei. So every expression is also coming out of freedom. So dass jeder Ausdruck auch aus dieser Freiheit kommt. In this way, auf diese Weise, we are fellow travelers, und wir sind uns sehr klar über unser Alleinsein. So long as that is not cleared up, any being together, not being together, single or couple. Macht keinen Unterschied gemeinsam, single, couple sein. Wenn das nicht klar ist, dann macht es keinen Unterschied. Wenn es klar ist, macht es keinen Unterschied. Wenn es klar ist, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Single oder Couple. Es macht keinen Unterschied. Und praktisch hilft es. Bei diesen verschiedenen Meinungen und bei paar Themen. Denn so lange da zwei sind, gibt es immer Unterschiede in der Persönlichkeit. Und weil wir gelernt haben, um nicht an unseren Trips anzuhaften. Das macht es auch leichter, mit dem Anderen so umzugehen. Und das macht es auch leichter, mit dem Anderen so umzugehen. Davon abgesehen, kein Unterschied. So, to accept one's loneliness. Das eigene Alleinsein so akzeptieren. To accept that the world you are carrying is your own creation. So, to accept that the world you are carrying is your own creation. So, if you see yourself in freedom. Wenn du dich selbst als frei siehst. You see the other also as a being. If you don't hold your mind in these and that words happenings. Wenn du dein Verstand nicht nebst mit Meinungen, mit Worten, mit Ereignissen. So, your heart also remains free, clear. Dann bleibt auch dein Herz frei und klar. Then you can see the other with the same eyes. Dann kannst du den Anderen mit den gleichen Augen sehen. And that is the same for everyone. Friends, family. Everyone you meet for the first time. The same attitude. Same eyes. Die gleiche Always. Die gleichen Augen. Love. The other is your own Self. Der andere ist dein eigenes Selbst, in der Essenz, in der Essenz, on the surface, auf der Oberfläche, anders. Auf der Oberfläche kann es zu Verletzungen kommen, und wenn es Verletzungen gibt, kann man gehen, auch von jemandem. Ja, on the surface hurts, can come, anger can come. Auf der Oberfläche können Verletzungen kommen, Ärger kann kommen. These stories can be created by the mind. This is relationship between people in this world. And if everyone lives in a world full of hurt, misunderstandings, and he is full of his own ideas, he projects that on the others, and his eyes cannot see reality clearly. He sees his own reality according to what he is holding inside. Und er sieht seine eigene Realität so wie das, was in ihm da ist. And that is where the world is at. Und so ist die Welt zur Zeit. Samsara suffering. Samsara suffering. Samsara suffering. Das ist Samsara, das ist das Rad des Lebens. So no one can meet the other as pure beings. Niemand kann den anderen als wahres Wesen sehen und dem so begegnen. What meets the feelings, expectations, ideations, desires, hurts. Was sich trifft sind Ideen, Vorstellungen, Idealisierungen, Verletzungen. Also sollte man etwas Anstrengung unternehmen, um sich selbst zu klären, das Herz zu klären. Dann, meeting others can be very beautiful. Dann kann es sehr schön sein, dem anderen zu begegnen. So one can live in this world, with friends, with people, in a beautiful way. Und so kann man dann mit Menschen, mit Freunden in schöner Weise zusammenleben. Respect each other. Indem man sich respektiert. And seeing with the eyes of love, of truth. Und den anderen mit den Augen von Liebe und Wahrheit anschauen. Und den anderen mit den Augen von Liebe und Wahrheit anschauen. Danke. Ich danke euch für das Interview. Danke. 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 Thank you. Untertitelung. BR 2018